Hallo, ich bin der Martin von Wildcat und ich schaue Stich.tv 90 Sekunden. Online oder offline mit Freunden? Offline. High Heels oder Sneakers? Dicks von beiden. Dein Lieblingsessen? Thai Curry. Was dürfen deine Eltern nicht über dich wissen? Sag ich nicht. Morgens im Bad brauche ich? 30 Minuten. Würdest du eher auf Sex oder auf Musik verzichten? Musik. Facebook oder Instagram? Facebook. Lieber für immer taub oder stumm? Taub. Bei welcher Fernsehsendung schaltest du sofort weg? Bauer sucht Frau. Ein Wort, mit dem deine Freunde dich beschreiben würden? Einzigartig. Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? Nacht. Welchen Drink bestellst du dir, wenn du feiern bist? Mojito. Wessen Gedanken würdest du gerne hören können? Dalai Lama. Mit wem würdest du dich niemals betrinken wollen? Donald Trump. Welches Getränk bestellst du dir immer zum Essen? Stilles Wasser. Wie meldest du dich am Telefon? Hallo. Würdest du lieber wissen, wann oder wo du stirbst? Wo. Nenne eine andere Leidenschaft neben Tattoos. Piercing. Was hast du als letztes geklaut? Nix. Deine Zeit. Lieber große oder kleine Brüste? Normal. Deine Lieblings-App? Facebook. Das Schlimmste, was zurzeit im TV läuft? Bauersuchfrau. Was würdest du niemals essen? Ähm. Käse-Fondue. Welcher Promi nervt am meisten? Weiter. Deine Lieblings-App? 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 Bis zum nächsten Mal.